Hermin Gebarrt Hermin Gebarrt Hermin Gebarrt Hermin Gebarrt Hermin Gebarrt Ja! Geht doch! Was? Wie ihr wollt! Vielleicht einmal so! Ding Dong! Saftige Butterkussungs! Ding Dong! Eine trockene Laugenstange! Du Walter! Ja! Ich glaub, die Brötchen sind da! Ich schwitze! Ja! Ja! Sieht so aus! Die müsste mal einer reinholen! Heute im Angebot Zimtwecken und Streuselbrötchen! Sind da auch genügend Streuseln drauf? Ein Stück Apfelkuchen, bitte! Apfelkuchen haben wir nicht! Aber wo Sie gerade mal da sind, müssen Sie eigentlich den ganzen Tag Klavier spielen? Aber... Und denn noch so ein komisches Zeugs! Spielen Sie doch mal was, was normale Leute schön finden, hä? Wer noch mal was... Ihr... Ihr seid aber viele... Ja, wir sind viele, guck mal, weil es gekommen ist! Ich bin auch da! Ich hab Freunde mitgebracht! Guck, guck! Ach! Ihr habt Hunger, natürlich, ihr Ärmsten! Was... Was kann ich euch nur anbieten? Na, Körner! 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 Natürlich, Körner! Wartet, ich... Ich besorge etwas! Wir haben Hunger, Hunger, Hunger haben, Hunger, Hunger, Hunger haben, Hunger, Hunger, Hunger haben Durst! Wir wollen Vogelfutter, wollen Vogelfutter, wollen Vogelfutter, wollen Vogelflumenkerne und auch Mo... Bitte? Ja, also... Der Herr Minkepatt, ja? Der, ähm... Der bräuchte noch mehr Körner. Wie, was? Noch mehr Körner? Na, das ist mir eine Familie. Und was ist mit Geld? Der Kanarienvogel ist ja weg. Ja, der Kanarienvogel ist weg. Und du kommst mir nicht nach Hause, bevor du ihn gefunden hast. Hänschen! Hänschen! Hänschen, ich darf von denen kommen, doch... Hänschen, ich darf von denen kommen, doch... Hänschen, ich darf von denen kommen, doch... Hänschen! 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 Nein, du musst nicht zurück in den Käfig! Aber du musst versprechen, dass du nicht wieder wegfliegst. Bist du. Hänschen! Musik Applaus